Dr. Zilk ist als Schläfer geeignet. Als Schläfer, der zum richtigen Zeitpunkt aufgeweckt wird. Auf unsere nächsten Stadtgespräche. Bissiand Zilk, Elm Zilk. Unsere bilateralen Beziehungen sind ja in vielfacher Weise nutzbar. Da gibt es sicher einiges, was man intensivieren könnte. Ich denke doch, Sie verzichten in Zukunft nur ungern auf gewisse Prager Annehmlichkeiten. Er was soll singen? Warum nicht? Opium fürs Volk kannst du es nennen. Dann würden wir ja endlich auf einer Linie mit Karl Marx sein. Lieb von dir, Oskar. Aber so etwas machen wir nicht. Denkst du etwa, du bist meine Gouvernante? Ohne mich kriegst du doch sowieso keine Rolle. Sie wollen Dupstik schmerzen. Mit Hilfe der Russen. Eine Kamera brauche ich. Halt drauf! Das sind doch nur Warnschüsse, oder? Wir müssen weg! Was soll ich denn mit? Die sozialistischen Bruderstatten sind als Freunde gekommen. Das werden Sie heute um 19.45 Uhr berichten und nichts anderes. Denkst du, der interessiert sich für Film oder Theater? Für deine Stimme vielleicht? Nein, für ein ganz anderes Organ. Manga! Was erzählst du deinen Freunden in Prag? Ich hab Ihnen dann deutlich gesagt, ich mach da nicht mehr mit. Schluss! Bist du ein Taf, oder was? Wenn Sie am Haken herumreißen, geht er erst richtig tief hinein. Dann lassen wir Sie auffliegen. Dann ist es vorbei mit Karriere, Buchtel, Gattin und Freunden.